So, excuse me, gentlemen, ich komme hier zurück zu Borderlands 2. Hier waren wir schon mal. Vor allem gerade eben. Oh. So, bitte. Frühstück, Boss. Ich möchte jetzt danach keinen roten Punkt mehr sehen. Und so wie es aussieht, ging das ziemlich erfolgreich. Sehr souverän, sehr souverän. Also, kann ich schon 5 Sterne für dieses Gerät geben bei Dahl, wo ich es gekauft habe. Oder? Ich habe keine Ahnung, wo ich es gekauft habe. Ah, da hoch muss ich. Verstehe. Oh ja. Jetzt. Warum ist hier mal Geld drin? Nur mal billiges Geld. Ich brauche kein Geld. So. Zwergenratte. Nee. Schlecht. Vielleicht was Gutes. ist. Aha. Nein. Nein. Aber ich muss trotzdem mal mit. Ich finde es gut. Kann nie schaden, irgendein cooles Gewehr dabei zu haben. Falls man auskauft wird, kann man das hier geben, statt das andere. Ist eine gute Theorie. Muss ich schon sagen. Die Theorie hat mich jetzt ziemlich beeindruckt. Hä? Moment mal. Hä? Äh. Aha. Verstehe. Oder? Sollte ich verstehen? Nö. Hier geht es irgendwie zu lang. So. Okay. Dann können wir eigentlich zurückgehen, oder? Also darunter. Wahrscheinlich müssen wir dann deswegen darunter springen. Anderes würde das nicht Kuzine machen. Äh. Ärgerlich? Ah. Verstehe. Hier müssen wir runter. Oh Mann. Was? 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 Zum Teufel. Springstalker. Wie ein Fröschchen. Ein kleines Fröschchen. Hihihi. Ein kleines Fröschlein. Ah. Das war ja echt abgefahren gerade. Das war gerade ziemlich abgefahren. Ah. Okay. Okay. Dann gehen wir mal da runter. Beziehungsweise gehen wir mal da lang. Gehen wir mal durch die Mitte. Weder links noch rechts. Eine Nadelstalker. Ja. Die kennen wir ja schon. Oh. Das sah gar nicht gut aus. Schuss auf dem Feld. Ach. Verdammt. Aber immerhin. Vielleicht ein paar gute Gewehre. Nö. 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 Überhaupt nicht. Dann. Könnt ihr alle einpacken gehen. Nö. 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 So. Okay. Gut. Dann muss ich doch leider von außen rum gehen. Denke ich halt von außen rum. Meine Güte. Ah. Immer so kompliziert machen. Immer so kompliziert. Statt dass er einfach mal irgendwie ein... sich so komische Nadelschuhe anzieht. Und dann hier ein Gletscher hoch geht. Nö. Lieb außen rum gehen. Das ist viel... besser. Wow. Ich habe gefühlt 30 Stück hinter mir. Aber alle unsichtbar. Mann. 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 Hey. Das fieh ich, oder? Ah. Moment mal. Jetzt verstehe ich. Ah. Ich verstehe. Da auch. Jawoll. Uhuhu. Uhuhu. Ich lebe. Töte Shorty. Hahahaha. Du hast ihn erledigt. Hahahaha. Was? Hahahaha. Nein. Wow. Also ich muss schon sagen. Keine Munition mehr. Schon wieder. Unfassbar. Unfassbar. So. Oh oh. Nö. So. Wenigstens haben wir jetzt das da. Und dann geben wir jetzt diese Blumensuchen für... Ihr wisst schon. Genau. Dann machen wir das jetzt nämlich auch schnell. Dass wir das auch schnell hinter uns haben. So. Oh. Der schon wieder. Ach da haben wir sie zum ersten Mal gesehen. Diese Teile. Alles klar. Klingenblumen. Die müssen wir auch in Borderlands 1 suchen. Wer das noch weiß. Wahrscheinlich weiß keiner mehr. Aber macht ja nichts. Hahahaha. Hauptsache. Ich weiß es noch. Oh wow. Elektrischer... Oh. Ich verstehe. Ich glaube, ich habe verstanden, was jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, ich habe verstanden, was gerade passiert ist. Ich hoffe, ihr wisst das auch. Denn. Hahahaha. Hahahaha. Uh. 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 Klatschein. Okay. Oder auch nichts. Oh ja. Gewusst wie. Gewusst wie. Aha. Oha. Jo. Oha. Das war ziemlich viel, muss ich sagen. Ziemlich viel Gutes. Eine Pistole. Oh wow. Ich kotze gleich. Naja. Was soll's. Was soll's. Dafür. Warum ist da so ein Typ jetzt da drin? Wieso kommt da jetzt ein Typ daher? Wie kommt der jetzt da? Hä? Okay. Verstehe. Nicht. Vielleicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Naja. Gut. Dann suchen wir mal die Klingenblumen. Und da haben wir schon wieder so ein... So ein unglaublich fett, kack, heftiges Viech da. Aber es ist nur 19 und nicht 21. Nein, 22, glaube ich, war das andere. War der Blue. Dann. Oh wow. Oh Gott. Oh nein. Nee. Ah, da weine ich gleich. Hab ich aufgenommen. Oh mein Gott. Jetzt nimm. Oh Gott. Ich weine gleich. Ich weine gleich. So. Oh 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 oh. Dankeschön. Sonst noch hier irgendwo einer? Oh scheiße. Oh scheiße. Oh ja, doch. Bestimmt ist denn einer. Ich weiß es. Ich weiß es jetzt schon. Ich. Scheiße. Scheiße. Nein. Oh mein Gott. Das ist so Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Diese vier, die sind so übel stark. Übel. Oh, ich sehe. Oh, ich sehe. Beide. Nein. Eine noch. Ah, ich brauche nur noch eine. Oh mein Gott. Okay. Ja. Ja. Raus hier. Weg hier. Oh mein Gott. Lauf. Lauf. Ja. 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 Was? Oh, ich muss ja noch. Oh stimmt. Ich brauche schon was zu essen. Oh Gott. Ich. Oh nein. Wo? Wo? Oh mein Gott. Oh. Ja. Pizza. Oh nein. Oh shit. Wo ist das letztlich? Wo ist das andere Zeug? Ich glaube. Ich glaube. Oh mein Gott. Was? Wie bitte? Was? Oh wow. Oh. Unmöglich. 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 Das ist ein einziges unmögliches Teil. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Und jetzt bist du tot. So. Damn. Das ist ein Sackviech. Oh mein Gott. Ah ja. Dann nehmen wir einfach das da. Und das da. Und wir brauchen halt das Teil da oben. Und ich weiß halt nicht, wie ich da dran kommen soll. Aber macht ja nichts. Macht ja nichts. Macht nichts. Ne. Das macht echt nichts. Sag mal. Was ist da jetzt eigentlich? Was geht da jetzt eigentlich ab? Was? Nein. Nicht nachladen. Oh mein Gott. Das... Es geht alles zu sehr auf mein Herz. Irgendwann. Nee, wie? 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 Oh, wahrscheinlich geht's einfacher. Wahrscheinlich geht's irgendwie einfacher. Ich sag's euch, wahrscheinlich geht's irgendwie einfacher. Ich möchte jetzt... Oh, ich war schon... Oh Gott, bin ich ein... Oh Gott. Ich äußere mich jetzt dazu echt nicht. Nee, dazu wird's jetzt nicht. Dazu geb ich keinen Kommentar. Nee. Geschlossen. Versiegelte Lippen. Nee. Mmh. Mmh. Bitte, sagt einfach nix. Sagt einfach nix. Sagt einfach nix. Schaut aus wie ne geile Desert Eagle. Oh wow, ich, ich, ich. Wahnsinn. Ja. Das ist doch so, oder? Bestimmt. Ich sag's euch. Nee. Unfassbar. Ich, ich versuch's immer. Wenn ich irgendwas, wenn irgendjemand es ist, ich versuch's immer erst auf die schwierigste Art und Weise zu lösen. Ja, also, egal ob Super Meat Boy, egal ob, was weiß ich für Spiele, ich immer erst schwer. Ich mach's immer erst schwer, weil einfach wär langweilig. Komm, bitte. Einfach, das ist einfach viel zu langweilig. Ich hoffe, ich bin richtig, wenn ich hier hochgehe. Blumen? Oh. Oh. Wie aufmerksam, dass du mir so schöne Geschenke bringst. Vielleicht hätte ich mich doch nicht den Ratten anschließen sollen. Wir müssen sie töten. Ich weiß es. Also, ich wusste, du kommst früher oder später zu mir zurück. War das Scooter? Ja. Laufst du, warum ich hierher abgehauen bin? Was? Hier war ich vor dem Idiot mit seiner dämlichen Einmachersicht. Die Rede ist unglaublich komisch. Wenn ein Scooter dich geschickt hat, dann musst du sterben. Okay. Wahnsinn. Ich auch nicht. Oh. Ja. Tot. Okay. Bin ich auch. Passt, oder? Ich würde sagen, aber gut gemacht. Was ist das denn für eine... Wie kann man mit so einer... 4600? Oh mein Gott. Das ist viel. Das ist viel, viel. Und da ist eine Kiste. So. Was ist denn in der guten Kiste drin? Beware, beware, beware. Okay. Eine... Oh. Oh. Wow. Ja, ich würde sagen, die kann man nehmen. Ich würde sagen, die kann man nehmen. Das war nicht so schwer. Wow. Nicht schlecht. Also da haben wir schon wieder... Da haben wir ja echt... Lang gebraucht. Nee. Nee, die ist zu schwach. Da haben wir aber echt lang gebraucht, bis wir mal wieder ein neues Schafschützen hier beisammen haben. The Red Maze. Oh nein, ich... Kann ich einfach weitergehen. Ich möchte aber weitergehen. Ich bin... Weiter, 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 weiter. Dankeschön. Komm. Herzhaft? Er steht ein Meter vor mir. Er steht gefühlt ein Meter vor mir. Und... Ich treffe ihn nicht. Das ist irgendwie... Hat für mich einen Sinnheitsgrad von... Null. So, danke. Dankeschön. Und Dankeschön. Was ist jetzt hier? Ah, hier ist einfach nur ein Speierpunkt. Ja, da ist noch ein Speierpunkt. Ja, ja, komm. Jetzt nerv mich nicht. Ui. Ganz schöne... Crystal Claw. Oh, wow. Es ist ja... Ich glaube, es ist echt nicht vorgesehen, dass ich hier bin. Es ist nicht vorgesehen, dass ich hier bin. Nein, definitiv nicht. Nein, definitiv nicht. Oh, wow. Wow. Ich glaube einfach gerade nur, weil... Dazu kann ich jetzt eigentlich gar nichts sagen. Ich glaube einfach nur gerade, weil ich müssen will, so was es hier noch gibt. Ohne jetzt hier großartig... Ähm... Das ist ganz schön... Hier geht es noch ganz schön... Weil... Ganz schön weiter geht es hier noch. Muss ich schon sagen. Oh, nee, komm. Was war das jetzt schon? Ach so, der schießt voll hinten auf mich. Ah, verstehe. Und was ist jetzt hier? Äh, möchtest du? Jo, danke. Und wo geht es jetzt hier hoch? Ah, das ist ja... Das ist ja... Cool. Das ist ja ziemlich cool. Ah... The Wreck Cave. Die Wreck Höhle. Warum ist das jetzt eine Wreck Höhle? Oh, na das kenne ich aber. Haha, jetzt kenne ich es aber wieder. Hey, ja, cool. Alles klar. The Wreck Man. Kannst du auch fliegen, ne? Ui. 2 for 1 Gun Rang. Probier es einfach mal aus. Nichts reimt sich auf Orange. Mi Lange. Oh, wow. Wow. Also warte, das ist eine Schrotpflinze. Naja, die ist zu schlecht. Das ist eine Pistole. Das ist eine Pistole. Und das da. Das ist eine Schafsch... Naja, das... Okay. Naja, zu schlecht. Ah, ja, cool. Ja, 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 ja. Ui, ui, ui. Nicht schlecht. Alles klar. Wo geht es jetzt da hin? Verlasse Highlands. Three Horns Way. Ach, was. Tatsächlich. Tatsächlich. Also eigentlich... Eigentlich ja... Instant Tod. Knochenbrüche. Genickbrüche. Was weiß ich. Ähm... Aber wir verlieren halt gar nichts, ne? Weil wir ein Schild haben. Also Kinder, wenn ihr springen wollt von etwas sehr hohem Schild dabei haben. Das ist ganz wichtig. Ein Schild. Ein Schild, der fliegen kann. Warum nicht? Warum nicht? So, wunderbar. Na, da haben wir... Da sind wir jetzt mit dem fertig. Wozu braucht man eine Approbation? Schild. Ah, ne, ne, ne. Ne, ne. Ah, ja, genau. Das sind die ganzen... Ich glaube, die behalte ich mal. Ich glaube, die behalte ich mal. Liquid Scout. Äh, sonst was? Ah, ja. Murderer... Die kann ich verkaufen, ne? Jawohl. Okay. Und dann können wir... Wohin können wir gehen? Wir könnten theoretisch... Zu Sanctuary. Ja, wir gehen zu Sanctuary. Wir gehen mal wieder zu Sanctuary. Warum nicht? Warum nicht mal wieder Sanctuary? Machen wir Schlange nicht mehr. So, dann machen wir einen ganzen Sponsor. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe es gefallen. Und wirklich, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder bei... Ballin2 mit mir dabei seid. Meinungsweißer für heute. Auf Wiedersehen. Tschüssi.